Ich bin Anselm Bühling von DELL, Wanderin-Magazin für Literatur und Zeitgenossenschaft. Wir sind vor etwas über einem Jahr in die Stablöcher gegangen und initiiert hat das Ganze Sieglinde Geisel, Kritikerin, Journalistin. Wir wollen eigentlich drei Punkte sind uns wichtig. Das eine ist, wir wollen den Anspruch aus den Feuilletons in die Online-Welt tragen. Wir wollen das verbinden mit den Stärken, die es im Netz gibt, mit Spontanität, mit der Möglichkeit, Leute zu beteiligen, einfach eine Unterhaltung in Gang zu bringen. Und wir wollen dabei ständig eine Auseinandersetzung mit Literatur in Gang bringen, die das Handwerk reflektiert. Wie, was sind die Kriterien des Schreibens, was sind die Kriterien des Lebens und nach welchen Kriterien beurteilen wir eigentlich Literatur?